Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von The Able Within. Es wird wieder scharf geschossen, Gott sei Dank gibt es hier einen Spielstand, also einen, ja, Kontrollpunkt wollte ich sagen. Ich habe nur mehr drei Schuss. Das ist halt echt nichts. Hey, Ballermann! Na, das war ein Schuss in den Ofen. Na, das wurde die eigentlich nicht, aber ist so wichtig. Egal. Ach, nö. Ach, nö. Ich mag die Dinger nicht. Aber ist wurscht, wir haben... Ja, war klar. Und Game Over. Ähm, boah, schöne Hüfte. Na, ähm, wir haben hier eh zum Glück einen Kontrollpunkt, also kann es ja nur besser werden. Hey, das ist jetzt unfair. Ach, komm. Ja, weil ich eben nie weiß, wo ich stehe. Ja, das Spiel ist schuld. Nicht ich. Das habe ich ja versucht, Schleichangriff. Ich hätte ich müssen schleichen und dann geht's. Okay. Also das hätte geklappt. Okay. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir reingehen. Ja, ja, mach mal schon. Ich kutze Türken. Mein Freund, du darfst, jawohl. Also der Schlag war schön. Ich hab's erwischt. Nein, nicht schleichen. Eben verdrückt. Aber sowas von verdrückt. Au. Also das schaut aus. Au. 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 Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Aha. Aha. Ich verstehe schon. Ich hätte ihn müssen umbringen. Aha. Ich hätte ihn müssen umbringen. Okay. Kann ich das nochmal laden? Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Halt. Was haben wir da? Also die Axt. Die brauche ich jetzt. Ich wollte eigentlich das davon entschärfen. Ich werde wieder verrecken. Also passt sie. Na. Diesmal nicht. Aber ich verstehe schon. Ich hätte müssen den... Ähm. Mhm. Okay. Der macht ein Geräusch. Na, hoffentlich... ...geht das. Okay. 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 Und jetzt hat er wieder keine Ausdauer. Ach, jetzt komm. Das ist lächerlich. Oh, dann habe ich den geräuscht. Nicht schlecht. Abheizen und gut ist. Geht's dir gut, Freund? Ja, ich glaube es besser. Mann, ey. Jetzt kommen da ernsthaft die Nächsten. Puh. Kann ich hier runter? Also das war für Arsch. Ja, ja. Das war für Arsch. Warum habe ich die jetzt eigentlich aufgemacht, die Tore? Wahrscheinlich ist da was drinnen, oder? Ich habe jetzt gedacht, das löst jetzt die Fallen aus, ne? Also das habe ich gedacht, aber... Nein! Das löst Tore aus. Dreck. Ja. Ich bin ja noch am Lernen. Ja, komm, du Arschlob. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Das habe ich natürlich nicht Bedacht gehabt, ne? Gearscht. Der ist erledigt. Na, sie wollte ja nicht nett haben. Äh, Wand. Jetzt kommen wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Na, du Arschloch. Boah, ist das ärgerlich. Ich könnte gerade explodieren. Rein schneller, du Crüppel. Ich wollte eigentlich auf das da schlagen. Boah, eklig, ganz schief. Wie, so brennen die nicht. Sonst brennen die immer. Und das sollen wir da nicht wütend werden erst. Das ist echt nervig. Ja. Ich habe keine Ahnung. Da verbrate ich ja nur meine ganze Munition. Das kann es ja auch nicht sein. Bring es mir mal. Auf die Schnelle. Hallo, mach mich tot. Boah, also, also wirklich. Also, unser Kumpel regelt alles. Wollen wir mir ja gar keinen Kopf mehr machen. Was, das ist nicht witzig. Das ist echt nicht witzig. Okay, hau mich weg. Ist du tof? Au. Da strauchelt der voll. Auf die Fresse. Geh mal auf Vollgas. Oh, ist richtig. So. Ah, wie dumm. Und treten auch nochmal. So gehört sich das. So. Munition. Na, wie arm ist das wirklich? Ich bin arm. Echt wahr. So. Ich hätte gern... Danke. So. Jetzt muss ich das wieder machen. Na, das war zu früh. Das war zu früh. Eine Sekunde. Na, ein Hundertstel. Was ist denn das für ein Level, bitte? Unfassbar. 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 Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Es ist unfassbar. Unfassbar. Ich glaube, ich schaffe das sowieso nicht mehr, ne? Ich glaube, das kriege ich sowieso nicht hin. Was? Der ist erledigt. Jetzt können wir durch, ohne aufgespiegst zu werden. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Hat das hingehauen? Ich hoffe. Das wäre jetzt sehr super. Wenn der den nicht mehr anrührt. Ist der verreckt? Passt. Ich hoffe, dass der da drüben nicht mehr aufsteht. Ich hoffe, dass der da drüben ist. Hey, das ist jetzt unfair. Also wie viel Pech kann man haben, echt? Oh Mann, ey, was für eine Kacke. Ach, was tue ich denn? Was mache ich da? Ich weiß es selber nicht. So, aber ich fürchte, ich werde das nochmal spielen müssen, das Kapitel. So wie es ausschaut. Oh Mann. Na, ich hab's versaut. Ich kotze gleich. Ohne Kommentare. Ohne Kommentare. Ohne Kommentare. Ohne Kommentare. Ohne Kommentare. Boah, ey. Kumpel, was ist mit dir? Hau nieder wenigstens. So, dann haben wir den Deppen. Alter. Hallo. Wow. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und verbrennen schön Dann nehmen wir die Axt Das gab ich nix Der hat auch nix Würdest du, Kumpel? Danke So Und jetzt wäre es schön Wenn wir für den Scharfschützen was hätten Super Wir werden mal nachladen So Dann sind es noch zwei Ich erwische den Krippel nicht Ähm Den wollt ihr eigentlich? Hatten die irgendwas? Nein Passt erst gelesen Dann ist noch einer da In der Mitte Die Heizung mal ab Runterklettern Na, ist keine gute Idee Glaube ich nicht Habe ich den Tausender jetzt geholt? Na, jetzt falle ich komplett runter Ich glaube, ich träume Ja Ich falle eigentlich nur auf diesen Holz Auf diese Holzplanke da Hier Wo ist unser Freund? Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Der ist runtergefallen Trottel Ähm Falsche Waffe So ein Depp Das hat jetzt aber gut ausgeschaut Muss man sagen Der hat auch was fallen lassen, glaube ich Boah, nicht runterfallen Ah Okay Ähm Da haben wir alles Okay Ähm Ich falle eigentlich hier rauf wieder So Na, Specki Der Patz ist auch schon wieder zu Ende Wo ist eigentlich unser Freund? Ah, da ist er ja Ich glaube, da kommen sie wieder Das ist aber echt ärgerlich Wenn man mit dem Streichholz da was anzündet Na Dass da dann nichts geht Na Da hat er rumkommt jemand Der steppert da hinten Jawohl So muss das ausschauen Sehr gut Und Dann wieder die Pistole Ne Ich glaube, den haben wir zerwischt Schaut gut aus Hat er was verloren Schau mal runter Na Okay Äh, entschuldige, Freund Kumpel, du müsstest drauf hier Okay Ähm So weit, so gut Das hätten wir mal Jetzt schauen wir, ob man das eintritt Das scheint unbesucht zu sein Ah, wo kommen jetzt die ganzen scheiß Viecher her Das, das interessiert mich Und speichern wäre auch mal schnell schlecht Was nehmen wir denn? Äh, ich würde sagen, die Schrot Alter Ah ja, schön gemacht Super Bist du okay? Najo Es ging mir schon mal besser, ehrlich gesagt Ähm Die Fackel Wie lang soll das eigentlich so weitergehen, hä? Ich sollte mal den Part binden Ah, was soll's? Ich bin eh schamverreckend Ist eh wurscht Ich versuche da jetzt runter zu kommen Scheinbar ist es Hä? Scheinbar ist es sogar Pflicht Dass man da unten Hin muss Ja Schön einsammeln Ja Jawohl Scheinbar ist es auch bewusst Dass wir die beiden hier aktivieren So Wenn ich das jetzt niederballere Mal angenommen Ist die Falle dann kaputt? Tatsächlich So geht's auch Okay Muss man wissen So Mal schauen was er hat Ne Axt Nimmer Ist gekauft So Der Spiegel hier ist nach wie vor kaputt Natürlich Man soll sich selber auch reparieren Puh Ich glaub ich sollte mal So Ich lass mal so Ähm Ich muss den Part binden Ich bin so Im Überlebensmodus grad Ja Es ist schwer mit mir Ich weiß Eine Spritze gönne ich mir Ähm Ich würde sagen Wir beenden mal den Part Jetzt habe ich wieder mal Vollkommen viel Überlänge gemacht Aber egal Boah Ich hoffe wir schaffen das Level bald Es ist echt Schlimm Naja Ihr Lieben Ähm Das war's dann wieder für heute Ich bedanke mich von ganzem Herzen Fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem wann ihr dieses Desaster hier seht Und wir Hören uns beim nächsten Mal Tschüssi